In Oberndorf schätze ich die Infrastruktur, als Familienvater natürlich auch die Einkaufsmöglichkeiten, die Schulen, was gibt bei uns in Oberndorf. Oberndorf ist eigentlich eine super lebenswerte Stadt. Mir ist in Oberndorf besonders wichtig, dass die kommenden Generationen auch die Wohnmöglichkeiten haben, auch der Wohnraum geschaffen wird. Was mir noch besonders wichtig ist, sind die Sportmöglichkeiten und die Freizeitmöglichkeiten für unsere Jugendlichen im Zentrum. Ich engagiere mich im Team für Jahr zu Oberndorf, weil sich das Team für soziale Angelegenheiten der Menschen einsetzt. Er ist sachlich, objektiv, hat das Ohrwaschel bei den Leuten und ist der richtige Mann. Liebe Oberndorferinnen, liebe Oberndorfer, am 10. März haben wir die Gemeindevertretungswahlen und die Bürgermeisterwahlen wird zu Georg Thunscher und das Team Jahr zu Oberndorf.